Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thomas Eckhardt, Schulleiter der integrierten Gesamtschule in Butzbach, der Schrenzer Schule. Wir freuen uns, dass wir euch und Ihnen mit diesem Film unsere Schule vorstellen können. Hallo, wir unterrichten an der Schrenzer Schule Ihre Kinder nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit sie auch am Nachmittag noch Zeit für ihre Neigungen haben und eine der vielen AGs besuchen können und die Hausaufgaben nicht überhand nehmen. Wir wollen, dass sie Spaß am Lernen haben. Interessant ist natürlich zunächst der Übergang von der Grundschule zu uns als weiterführende Schule. Die Klassengemeinschaft als Heimat ist uns sehr wichtig. Daher unterrichten wir im fünften Schuljahr zunächst alle Fächer im Klassenverband. Wir haben das System der doppelten Klassenführung mit jeweils zwei Klassenlehrern, die als Bezugspersonen für ihre Schlützlinge da sind. Durch unser ganzjähriges erlebnispädagogisches Projekt der Schrenzer Expedition gelingt es uns, die Klassengemeinschaft zu stärken und den einzelnen Schülern Verantwortung zu übertragen. Ich bin ein IGS-Kind, das heißt ich war als Schülerin wie auch als Lehrerin nur an integrierten Gesamtschulen und wir freuen uns darauf, wenn Sie auch mal hier an der IGS-Schrenzer-Schule vorbeischauen und sich ein Bild darüber machen, wie wir als Schule arbeiten. Herzlich willkommen! Wir teilen unsere Schülerinnen und Schüler zu Beginn der fünften Klasse nicht ein, in Hauptschulklassen, Realschulklassen und Gymnasialklassen, weil wir die Unterschiedlichkeiten in einer Klasse als Chance begreifen. Wir bilden also bewusst gemischte Klassen, die dann in der Regel während der gesamten Zeit an der Schrenzer-Schule bestehen bleiben. In einzelnen Fächern jedoch bieten wir leistungsbezogen Kurse an, mit unterschiedlichem Anspruchsniveau, in den Hauptfächern und auch in Biologie, Chemie und Französisch. So kann sich jedes Kind bestmöglich entwickeln und gefördert werden. An unserer Schule kann man dann jeden Abschluss erreichen. Den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss, sowie auch die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe. Ich unterrichte hier gerne als SV-Lehrer, weil hier an dieser Schule Probleme gelöst und nicht an der Teppich gekehrt werden. Wir sind das Schulschlecher-Sie. Ich setze mich dafür ein, dass die Schüler ein Mitspracherecht bei der Schulgestaltung haben. Ich setze mich für eine klimafreundliche Schule ein. Ich setze mich für die Digitalisierung ein. Hallo, wir sind das regionale Beratungs- und Förderzentrum an der Schrenzer-Schule. Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler in der inklusiven Beschulung. Und wir sind Ansprechpartner für die Beratung von Lehrern, Eltern und Schülern. Hallo, oder? Hallo, unsere Schulsozialarbeit ist ein Unterstützungs-, Hilfs- und Freizeitangebot für alle Schülerinnen und Schüler. Ich berate Schüler, Eltern, Lehrer bei Problemen und schwierigen Themen. Dabro Pazalovic! Salam! Hallo, warme Welten! Assalamu alaikum! Hi, ich bin der Toni. Es gefällt mir an dieser Schule sehr gut, weil ich neue Freunde kennengelernt habe und meine Lehrer echt nett sind. Mir gefällt meine Freunde, meine Lehrerinnen, mein Lehrer und die Betreuung. Ich koordiniere den Ganztag. Unser Betreuungsteam ist täglich von 37 bis 16 Uhr für euch da. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn wir uns bald live kennenlernen können, hier an der Schrenzer-Schule in Butzbach. Wie Clo! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020